So, meine lieben YouTuber, ja, ihr seht, ich sehe heute ein bisschen anders aus als gestern. Ich bin heute wieder auch auf dem MPS in Bückeburg am Sonntag. Heute ist ja der zweite Tag, wo das halt auch stattfindet. Und ja, ich bin wieder in meiner Gewandung nach Tjölisch. Ja, und heute ist es noch viel, viel wärmer als gestern. Also in der Sonne, glaube ich, haben wir über 30 Grad. Ich bin auch mal gespannt, wie das heute hier so sein wird. Und ja, ihr seht natürlich wieder, was ich euch filmen werde und wünsche euch natürlich für heute auch wieder ganz viel Spaß. Also bleibt dran und ja, viel Freude mit meinem Video. Ich bin auch mal gespannt, wie das heute hier so sein wird. Leute, schaut mal, was ich hier gerade sehe. Ja, Lucille, kennt ihr ja von The Walking Dead. Steht hier auch nochmal drauf. Und Leute, der ist echt. Der ist aus Holz und wirklich echt. Heftig. Ja, sowas kann man auch hier sehen. Leute, schaut mal, was ich hier sehe. Na Harley Davidson und sowas Geiles. Schaut mal, ist das nicht der Wahnsinn. Voll schön. Und das ist das nicht der Wahnsinn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Beautiful Thank you 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich dachte, das ist krank. Er hat fast müde Augen schon. Ein starkes Mittel, ein ganz starkes Mittel. Ja, er braucht es stark. Händler, gucken Sie Ihnen noch mal kurz die Zunge an. Rektalen untersuchen auch. Geben Sie sich bitte Mühe, Herr Doktor. 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 Geben Sie sich bitte Mühe. Geben Sie sich bitte Mühe, Herr Doktor. Geben Sie sich bitte Mühe. Geben Sie sich bitte Mühe. Der Heilige Santrananario! Der Heilige Santrananario! Der Heilige Santrananario! Der Heilige Santrananario! So meine Lieben, das war es heute mit meinem Video zum MPS 2018, das erste Wochenende in Böckeburg. Und ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Video, dass euch das gefallen hat und ja, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr das so hier fandet. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, bis dann, macht's gut und ciao!